Scheiß tiefes Loch gefallen Ja, das wär dann tot gewesen Nee, nicht ganz, ich hätt noch ein Herz zu rüben Haaaah Wir um einen Apfel streiten, Mann, wir müssen, wenn wir uns nicht organisieren, übernehmen wir hier gar nicht Nicht cool, echt nicht cool von dir, echt nicht cool Weil, wenn man egoistisch wär, kann man ihn gar nicht überleben, wenn der andere was braucht, muss der andere was haben Es ist einfach so Ich brauch mal, ich muss in meiner Word-Bench hier aufgehören Nicht alle durcheinander, bitte Hier ist ein Riss Also, jetzt haben wir 10 Minuten und 30 Sekunden überstanden, oder 40 Sekunden Also, schon mal ein Applaus Oh, kann ich denn per Hand wieder schneiden? Wieso? Ja, ich hab keinen Video, zwar Oh, 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 armes Tuk-Tuk So, ich glaub, ich geh noch gleich voll Nee, ich hab doch meine schönes Fett Warte, die scheiß externe Festplatte, die dumme Ich hab mal, äh... Nee, also, wir können rennen, das regeneriert sich wieder, hab ich gerade gesehen Oh, hier sind haufenweise Hühner, die schlachte ich jetzt erstmal Oh, jetzt hat der Red schon zwei Herzen verloren Oh Oh Oh, ich hab irgendwie Angst, ich weiß nicht Fabi, wieso hast du so viele Herzen verloren? Weil ich Wunder gefallen bin Wo denn? Das ist meine Applaus Na, Essen bringt euch... Oh, was ist denn das? Dragon Ball GT Wie Dragon Ball Ja, GT Beat Ihr seid mir eine Spitzhacke gemeint Ich brauch noch keine Spitzhacke, ich wollte eine Axt machen So Was kommt denn noch? Ja, der Player funktioniert nicht mehr, komm her Das kostet ich auch Machen wir dann ja egal Also bei mir kackt er nie ab Ja, ich nehme... Das ist ja unter dem Playlist, die ich gerade... Also der schwerste Smart ist, glaube ich, eine sehr schöne Erfindung Also ich hab jetzt zwei Stacks unbearbeitet bis Holz Ich hab drei Stacks Ich mach einfach so bei mir Musik ohne Aufnahme Oh, Power hat auch nur 0,5 Damage kassiert Hä? Du war noch mal Nochmal Oh Oh mein Gott, Buck Warum bekomm ich Schaden? Oh Oh mein Gott Ich weiß es nicht Vielleicht ein Geist Warum hab ich Schaden bekommen? Weiß ich nicht Bis ob wir ihn vielleicht irgendwie festgebackt im Gras oder so Nein, ich stand vorne Jetzt regst du dich auf, weil ich dein Holz klaue Aber hier könnte man sich vielleicht hier so schön hin machen Oder hier wäre da vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Ja, weil sicherer wär's natürlich auf dem Berg Aber dann... Weil auf dem Berg haben wir eine bessere Festungsmöglichkeit Also wenn man... Hier ist Zuckerrohr Brauchen wir Zuckerrohr? Auf dem Kamil eine größere Sterbungsmöglichkeit Weil du musst dann aufpassen Weil einer... Ich seh's vor mir Einer ist dann zu doof Und läuft dann genau dorthin, wo man dann runterfällt Dann fliegt man vom Berg Oder wollen wir uns hier ein schönes Strandhaus bauen? Ich weiß es nicht genau Wir können uns auch in Baumaus Du musst immer da sein, wo... Gras, weil dann kannst du dir Weizen und sowas anbauen Dann hast du auch hier auch Hier ist doch genug Gras Ja, das kannst du in der Gute auch Oder wollen wir uns hier oben vielleicht irgendwie hier machen? Oder vielleicht da hinten ist die Baumaus Hier oben auf dem Berg Lass doch nicht... Lass direkt am Spawn sein Also in der Nähe vom Spawn Lass wollen wir weggehen, ey Ja komm, wir gehen, wir reisen ein bisschen weiter Aber ich glaube, wir werden hier übernächtigen Weil sonst... Ich weiß nicht, wo ihr seid Ich will alle um einen Baum streiten irgendwie Ich schreit uns hier um einen Baum Wo seid ihr langgelaufen? Ich hab mittlerweile schon 10 Äpfel Wenn jemand was braucht, sagt er Bescheid Ja klar, Paul hat sich doch gerade gehalten Nee, das geht nicht Okay, Paul Nee, du kannst dich ein Also Paul und Fabian sind schon sehr stark angeschwächt Momentan im Rennen sind nur noch Tote und ich Und der Square Also wirklich gut im Rennen Ja, bloß bei mir war es ein Bug, warum ich nicht bekommen habe Ja, ja Das sagen sie alle Sind es trotzdem schwanger So Oder wollen wir uns hier hinbauen? Ich weiß nicht Aber dann werden wir so ein bisschen ungeschützt Einfach weggehen Einfach mal weggehen Irgendwo am Strand dahin Wie cool ist Jetzt hab ich meine Craftingbox noch da gelassen Ach, scheiß doch drauf Hier Ah, jetzt hab ich da einer gecrafted Ich hatte eine dabei Aber trotzdem Ich hab auch eine dabei Ich hab jetzt auch wieder eine dabei Nachdem ich jetzt Es ist ja dunkel Es ist ja dunkel, Leute Wir graben uns jetzt einfach hier irgendwo rein Ja, ein Schweine Schweine Hier, hier ein Graben, wo ich gerade bin Hier ist am besten Fabio hat Warte Dann mach Gesichtseinen Topf und Lass mich mal kurz so Ich will mir eine Schaufel machen So, ich bin sicher Tschüss Oh, dann mach doch mit Hand Ich hab doch eine Schaufel Hier Toto, hier eine Schaufel Oh, ich hab ja schon eine Fuck Ich hatte noch eine dabei Toto, schlaf nicht ein Schnell da Ich hab doch eine Tür Wir haben doch Ich hab eine Tür Ich hab doch hier schon gemacht Toto macht doch so ein bisschen zu Ich hab jetzt hier ein bisschen Dreck Ich mach noch ein bisschen groß Ich mach noch so eine Fakke Ich will da kurz mal zumachen Fabio, bist du? Warte, ich grabe uns zu Fabio Nein, hier ist doch so eine Tür Das ist doch gut Fabio, komm hier Fabio, komm hier Ich hab auch eine Fakke hier platziert gerade So, dass ich hier meine Workbench Ja, weil ich will nochmal kurz hier eine neue Schaufel machen So Also ich wollte hier hinten mein Bett rein Ich hab ja, ich mach euch die Betten Stell ich euch gleich hin Ich hab die ja mitgenommen Ich nehme die auch weiterhin mit Also ich hab noch mein Bett Aber da ist ja schon zu Ende Zu, mal zu, mal zu, mal zu Ich hab grad den Bedürfzahn Danke Das wird mal kurz weg Da, ich will dann noch ein Bett platzieren Die macht zu, macht zu Ja, da war eine freie Lücke Du kannst euch ein Creeper einkommen Du könntest dich auch hinlegen und so Owl hat 0,5, 0,5 Du hast schon wieder Damage verloren Du hast schon wieder Damage kassiert Ne, ich nicht Doch, doch Du hast schon wieder Damage kassiert Du hast jetzt nur noch 8 Ich hab eure Füße alle im Gesicht Ja, warum hab ich jetzt schon noch 8 Ne, du hast 8,5 Ne, ja, sag ich doch Ne, lass doch die Wetten stehen, oder? Ne, wir gehen noch weiter Ja, wir gehen jetzt Vision hier mal mit Ja, danke Wo müssen wir raus? Oh, scheiße Ne, hier, wo die Tür ist Die nehm ich aber gleich wieder mit So, ich nehm kurz hier So, die Arona-Tür Ey, ihr habt zu lange Weile Echt nicht Wieso? Klingel, klingel, klingel Ey, du bist nicht mal Warte mal hier Ey, komm nicht raus Ey, komm nicht raus Da geht doch raus Ey, verpiss mich Ey, Fabian, du bist der Arsch Ey, Fabian will irgendwie dafür ausschalten So, wo gehen wir jetzt hin? Ich hab's überholt Ich glaube, wir haben wir noch vor Irgendjemand Oh, was ist denn nur mit hier los, Alter? Jetzt hab ich auch kassiert Hä, wieso hab ich jetzt auch was kassiert? Jetzt hab ich auch zwei Damage kassiert WTF? Ja, ich kassiert auch die ganze Zeit Damage, Alter WTF? Ist das ein Bug? Ja, ich glaub, die Anzeige ist nur irgendwie gut Ich glaub, die Anzeige nur von diesem Äh, hier Essen ist kaputt Ey, ich weiß warum Äh, der Pferd hat mich gerade angeschrieben Das kann natürlich der Fluch sein Ähm, ich glaube, ich mach uns mal ganz kurz Wir gleichen das mal wieder aus Das kann doch nicht wahr sein, oder? Wir kriegen einfach Damage für nichts tun Ja, die Leiste ist irgendwie gut Wo man, äh, hier die Essensanzeige Weil ich hab grad was gegessen Und krieg kein, äh, Damage mehr Äh, nein, nein, nein Drei Herzl hat Scrub verloren Drei Herzl hat Scrub verloren Drei Herzl Warte, die Anzeige ist tatsächlich kaputt Dann muss ich aber kurz mal Scrub gleich umbangen Wir sind uns also Warte, du Scrub musst noch zwei Minuten draußen werden Wir suchen uns schon mal ein neues Gegebenheit Dann mach ich kurz nen Cut Und dann geht's weiter Dann werd ich uns aber kurz nochmal Ein paar Folgenäpfel geben Um das wieder auszugleichen Weil das ist eindeutig ein Fehler Das heißt, wir müssen jetzt jede fünf Minuten Dann sollten wir am besten Jede fünf Minuten was essen oder so, ja? Also, ja Sonst wird das echt ein Fehler werden Lauf die mir alle hinterher Wollen wir hier oben vielleicht machen? Ich weiß nicht Ey, das kann doch nicht wahr sein Ja, hier oben auf dem Direkt Ja, hier oben ist ein Schlatz So, wir machen jetzt erstmal hier die Schubbombe Von, wir haben noch eine Minute Swap, dann bist du wieder drinne Also, das war auf jeden Fall Wieso bist du überhaupt gestorben? Ein Creeper, oder? Ja, ein Creeper hat den hoch Ja, ich hab das gesagt Oder wir machen irgendwann noch mal Let's play together was externen Läuft, mal schauen Aber mal schauen Wir machen das jetzt erstmal so Ich will auf jeden Fall Mindestens fünf Parts extrem rauskriegen Also Können wir ein bisschen überleben Ja Ach, ich lad das in ein Part hoch, Alter Du hast für Langeweile Ja, denkst du, ich hab kein Video-Splitter? Ah Dann nehmen wir jetzt eine Stunde auf Jo, hab ich kein Problem Dann nehmen wir drei Stunden auch Hab ich auch kein Problem Dann nehmen wir fünf Stunden auch Ich hab eine 64 Haar-Live Naja, trotzdem wird das ein bisschen größer Dann nehmen wir halt jetzt 48 Stunden auf Mir auch egal Hab ich auch kein Problem Dann lad das mal hoch So eine Brustdatei kannst du gar nicht Hochladen Doch 20 GB Äh, das merkt Hallo, Leute, wenn ihr was esst Das sieht man dann Also dann Leck, pack das mal kurz Und dann ist man Wie viel Leben man hat Oder Wie viel Leben man hat Und dann zwei Essen Und siehst du das kurz wieder Und dann immer weiter Also ich müsste voll sein Weil mein Essen geht nicht mehr höher Jo, das ist auch toll Dann ist das genauso Ich meine nur, dass es kurz leck Ich meine nur, dass es kurz leck Dass man das dann sieht So Dann machen wir jetzt gleich einen Cut Genau in 8 Sekunden Wir machen das hier genau weiter Scrap wird dann wieder geholt Wir geben uns kurz Ein paar Goldene Äpfel Um das wieder alles zu resetten Weil das ein solcher Fehler ist Ja, das ist Das ist Das kann ein solcher nicht so sein Ja, das ist Ja, das ist Ja, das ist